Oh Gott, sind da viele, Maloui! Ich verpiss mich! Rück zu! Rück zu! Ich rengadriere nicht mehr! Weg hier, weg hier, weg hier! Weg hier! Sie kommen, Maloui! Lauf! Lauf! Schnell! Sie kommen! No, no! Wo geht's lang? Wo geht's lang, Maloui? Fackel, fackel, fackel! Hallo, ich bin die Spartaner und willkommen zurück zu Schall mit dem Maloui! Hallo, 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 hallo! Und ja, ich habe jetzt dieses... Dieses, äh, äh, Dingens hier. Herr Simon. Und natürlich klingelt es jetzt mein Telefon da, wo ich nicht am Telefon komme, weil es am Arsch der Welt liegt. Und es hat wieder aufgezwungen. Voll Arsch! Ich habe irgendwie das Gefühl... Wieder ein Zombie mit Rüstung. Weißt du, ich habe gerade gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl und wollte dann sagen, dass NoDop gleich irgendwie um die Ecke kommt und mich klatscht. Weil ich hier so ganz gemütlich ruhe und aufmerksam bin und gucke gerade in eine andere Richtung, da kommt auf mich ein Zombie zugelaufen mit Gold. Ja! Okay, so lange ist nicht NoDop, ist alles gut. Aber der, äh, da müssen wir uns echt aufpassen, weil der kann uns one-hitten und dann ist alles vorbei. Ja, gebt ihm vor mir. Deswegen habe ich überhaupt keinen Bock, zu dir rüber zu kommen, wenn ich ehrlich bin, aber... Ach, hier ist alles sicher, mach's jetzt einfach. Ja, ja. Blüm einfach unter Wasser. Der hat schon zehn Persimon. Weil, Louis, wir machen uns eine Origin-Baum-Farm. Fast jedes, keine Ahnung, jedes dritte oder vierte Blatt droppt so ein Persimon. Und das heilt drei, vier Essen halt, das. Ehrlich? So viel? Das, also, ja, habe ich jetzt nicht gekuckt, aber ich habe zwei Hungerbalken verloren, habe gegessen. War komplett voll. Hm, ja, das ist noch eine ganze Menge. Ist dann gut zu sein. Hier liegen überall welche Raum. Gefällt mir. Dann sind Bäume wieder nach. Nicht so viele Settlinge davon. Wir müssen erst mal gucken, wo Early Boy wohntete. Wohntete? Wohntut. Oh, Squids. Hallo. Hallo. Squids. Ich würde mal ein paar, die Farbe kann man immer gebrauchen. Wobei, die schreien die nicht, wenn sie sterben. Schreien andere Viecherzern? Na ja, eine Kuh mag... Möööööööööööööööööööööööööö! Ach, wenn andere Leute wissen wollen, wo du wohnst, dann können sie einfach deine Videos gucken. Du Latten. Ja, das ist klar, nur ich... Ich bezweifle, dass irgendwie jeder hingeht und guckt wo ich wohne. Soll ich dir was verraten? Crumboy ist da! Crumboy ist da? Wo meinst du das denn? Ich habe gerade mal im Teampeak eingeguckt. Das ist doch ideal Ja Weil die gestrige Folge hextet Wollen wir nämlich noch aufnehmen Wir nehmen nämlich gerade die zweite Folge Also, ja Wir nehmen gerade Scheinhaus, genau 12 Uhr morgens 12 Uhr mittags 12 Uhr morgens Ja, ihr warst noch 11 Uhr morgens Du musst mir Frieden zeigen, sonst glaube ich dir nicht Als ob ich dich jetzt umplatschen werde Riol hat das auch gemacht Mitten in der Aufnahme Heiß ich Riol? Nein Ja, also Oh, wie niedlich Ja, ich bin hier links von dem Berg bin ich Hier, wo die ganzen Bäume sind Hallo Hier oben auf deiner Hütte bin ich Hier, warte, ich sammle hier noch die Setzlinge ein Welche Viecher droppen das denn? Zeig mir erstmal die Ja, diese Bäume hier Welche? Die hier, diese Bäume Hier, die hier Hier, Schätzchen, hier Peace, 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 peace Hier Warte, ich hab noch was Ich geb dir mal die Hälfte davon Hier Hier, diese Bäume hier Also die haben O-Arc-Wood, aber halt diese Origin-Leaves Und die droppen diese Dinge Oh, ich hab mein Dings ist nicht mehr richtig eingestellt Mein, ähm Wie heißt das schnell? Seht nicht mehr Das hier Glöcke anzeigt Genau, genau, genau Und zwar war das World Highlight 2 Tipps an Genau Mit Real Pickaxe Ich baller erstmal meine alte Ja, nehmt besser Also beheb dir die auf Und das hier sind jetzt wirklich die Die richtigen Nein, das sind Ah, Origin-Leaves Ja, geil Die werde ich bei mir erstmal anpflanzen Dann hat sich das Hungerproblem Dank Early Gerade damit erledigt Jimmy Ich hab mir überlegt Dass ich oben auf dem Berg Einen kleinen Bauernhof anlege So, komm Early Lass uns in den Dungeon gehen Komm, komm, komm Ich will eben nachher Nein, nein, nein Ich muss Doch, ich will eine Tür bauen Das ist kein fertiges Haus Ich will eine Tür bauen Das kommt nachher Irgendein Spacken Und greift mir an Super Wow, ist das Haus fertig Findet ihr nicht auch Dass es ein sehr fertiges Haus ist Das hier ist Eine Obdachlosenbude Du Lappen Du bist auch ein Lappen Guck dir doch mal hier an Wo ist denn das Dach hin Ist das weggeschwommen Ich werde am allerliebsten hingehen Und die ab und zu gerne schlagen Nur das Problem ist Du regalierst keine Herzen Genau Wir müssen Macht der Jubel das gerne, ja, ne? Nein, ist ja noch nicht gemacht Noch nicht? Wenn, dann tötet er einen komplett Achso Also nicht einfach nur so angreift Dann macht er dich Also Espit, äh Hey, bei dir ist da hinten ein Komet eingeschlagen Weißt du es eigentlich? Ich weiß Okay, gut Wollte ja nur gefragt haben Komm mal ganz kurz rein hier Dann kann ich dir kurz zeigen Was solltest du mir zeigen? Mein Haus, hier Oh, ein Haus Ich war schon drin Ich hab hier Obdachlosenbude Hier hinten Hier hinten Hier hinten baue ich dann nach oben Dass ich da oben auf den Berg rauf kann Und hier mache ich dann wahrscheinlich Die Treppe nach unten Dass man dann hier den Eingang hat Und hier oben ist dann mein schöner Garten Wahrscheinlich ziehe ich den Garten Und dann auch noch da oben auf den Berg rauf So wie Kromi bei uns in Hecken Okay Äh, hast du überhaupt schon ein bisschen Rüstung? Ne, ne? Äh Dann macht ihr eine Holzrüstung Die ist schon mal besser als nix Ne Holzrüstung? Ja, aus Holzstämmen Halt, erstmal packe ich hier die Dinge Ne, also wenn Dann kann ich auch ihn hier machen Warte Was für eine Rüste brauche ich denn? Ja, irgendwas harmloses Ich hab mir gerade mal Zwiebel Holz von dir geklaut Guck mal hier Jetzt hab ich nämlich Holzschuhe Guck mal Guck mal Ich hab gesagt, du sollst gucken Hallo Was, war schon so viel Eisen? Ja, jetzt hab ich noch sechs über Wir gehen ja sowieso fahren Ja Was hab ich denn hier dringend? Ach, Kohle Ich hab ein Kalamari gefangen Ich hab ein Kalamari gefangen Alter Wie hast du ein Kalamari gefangen? Guck mal hier Guck Hier, nimm was Wollen wir den essen? Ja Bescheuert Guck mal, meine rechte Kiste Was ich da unten links hab Name-Tags Rüstung für Pferde ohne Ende Oh, hast du schon cooles Zeug gefunden Bin sehr neidisch auf dich Hast du schon Hast du ein Air-Shard? Was? Air-Shard, ein Luft-Shard Hast du nicht Water-Shard Okay, vielleicht finden wir ja welche Ja, ja, ich brauch noch Air Oh, was war das denn hier? Ich hab die ganze Zeit ausschauen Oh, guck mal Ich hab was Hallo, Kilian Hallo Hallo, Kilian Kilian Hallo Kilian, los, drauf Ja, los, los Oh ja, Kilian Du hast Kilian gefressen Entschuldigung, Entschuldigung Hallo, Kilian Hallo Oh nein, du hast Kilian gefressen Oh, egal Warte, ich fress den jetzt Na schnell in die Mine Weil jetzt wird's nämlich dunkel Und dann sollten wir vorher schon im Dungeon sein Stimmt, das ist ne gute Idee Weil ich hab hier kein Bad Und ich will nicht da schlafen Ich hab aber nur noch sechs Essen, ne? Äh, ja, Essen hab ich genug Hier, komm mit Komm her, hier Okay, Essen hast du genug Ach, Brode Du hast doch deine Bersimon, du Lappen Was? Ja, da hab ich auch nur noch sechs Stück von Ich hab dir die Hälfte von mir gegeben Ja, okay, cool, cool Tauschen, teilen wir einfach Wann ist gut Ich meine, wozu soll ich die Mithril-Pick-Ex benutzen? Boah, Alter, guck mal Wir haben nen goldenen Sonnenuntergang Warte, da muss ich mir ein Screenshot von Sieht so cool, so geil So geil, aber schlack mal Das ist einfach nur die Sonne, die untergeht Ja, ist aber ein roter Sonnenuntergang Komm, Bauli, komm Wo ist denn der Dungeon? Komm mit Ich hab keine Fackeln mit Ich-Behinderter Ist das, was da hinten leuchtet? Aber ist egal Was leuchtet? Das sind Mana-Früchte Da kriegst du Mana her Für deine Zauberstab später mal Achso, davon hab ich schon ein paar Ich will das mal überlegen Das wird, glaub ich Lass uns schnell in den Dungeon gehen Bevor ein Odop hinter uns herkommt Ja Ich verteile hier keine Fackel Weil das Ding siehst du von außen ganz schlecht Jaja Gut, gute Arbeit Ich dachte, du wolltest einen Dungeon machen Aber ist egal Ja, Moment Der ist ja hier in der Höhle drin Echt? Ja Oh, du hast schon was übersehen Das ist nur 10 Okay, das ist langweilig Aber ich hab keine Fackeln Deswegen müssen wir jetzt gleich mal Ich hab auch kein Holz Oh, ich bin so unfäh Ich kann nicht mal Fackeln bauen Ich hab immer Holz dabei Ich hab ein ganz Deck Holz dabei Gibst du mir gleich welche ab Wenn wir Kohle gefunden haben Dann mach ich meinen eigenen Fackel Warte, hier Oh yeah Danke Oh, hier Was? Randomite, oh Ich bekomm immer Wenn ich abbaue Bekomm ich immer nur das Randomite, oh Ja, dann ist auf dieser Ebene Nichts Besonderes mehr Dann gibt's hier einfach nichts mehr Achso, das macht nur selten, oder wie? Das sorgt dafür Dass du halt Auf der In dem Bereich Die entsprechenden Dings findest Das ist, äh Das sind diese Charts Ja, das weiß ich schon inzwischen Ja Oh Das ist Zinn Oh, vorsichtig Neue Fackeln bauen Oh, ich will Lava Hier sind Knochen Lol Lass mal ein Stück Oh, ist da hinten denn bei Louis? Warte, ich hab was gefunden Ich hab was geileres gefunden, glaub ich Wenn's doch nicht entdeckt wurde Gibt's hier so So Pilzbiome Ja, genau das ist es nämlich Pilzbiome sind gefährlich, Early Nicht nur ein bisschen Sondern sehr gefährlich Ich brauch Eisen Äh, Fackel meine ich Ja, hast du auch keine Kohle mehr, oder was? Ne Alter Komm mal her, hier Early ist begeistert Warte, ich komme Hier unten bin ich hier Ich erscheine Ich muss einfach nur zwei runterkommen Das ist die Höhle Ja, ich kenn sie Siehst du hier rein? Kupfer, 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 Kupfer Gold Redstone Was ist das denn da hinten? Das ist ein Lava Creeper? Aufpassen Immer aufpassen Boah, da schwimmt irgendwas in der Lava Das sieht aus wie Lava Wo? Da hinten unten, rechts Ja, es gibt Lava Creeper Das ist ein Lava Creeper Richtig Bring mal Nee, danke Oh Mann Ist hier Wasser hier weg? Ich hab keine Kohle Da ist Wasser Das heißt, wir würden gar nicht Fallschaden kriegen Aber wir kommen nicht mehr weg Ja, aber ich Oh, da ist Keine Packung Dann halt einfach eine in meine Hand Ja, aber ich will gerne ausleuchten Damit ich auch den Rückweg finde Und alles Rückwege werden überbewertet Hallo, ich höre hier irgendwo ein Skelett Bin ich Wow, was ist das denn hier? Oh, Mann, du, ich komm mal her Allein treu ich mich hier nicht runter Wo bist denn du? Hier hinten Wieder zurück Ich weiß nicht, wo zurück ist Achso, doch, zurück weiß ich wo Wir brauchen Ich glaube jetzt hier die Fackel Hörst du auch die ganze Zeit dieses XP-Geräusch? Das bin ich, weil ich gerade gemient habe, du Lappen Nein Nein, doch Wir brauchen Kohle, Kohle, Kohle Warte mal, hier hinten ist das Wärst du das? Das ist recht Witzig Hier ist das, komm mit Halt mal die Fackel Halt mal die Fackel Wann bin ich, deine Leuchte oder war es hier kaputt? Oh ja, endlich Runter uns oder über uns ist es Kann ich auch meine Fackel jetzt abstellen Dann kann ich die mitfahren Geh weg! Such dir deinen eigenen Deine eigene Ader Oh, das ist die Kohle Das war mal deine Hacke Pass auf, dass du hier nirgendwo runterfällst Weil wie gesagt, die Items sind auf Dauer weg Wenn du irgendwie Scheiße baust So, jetzt kann ich mir meine eigenen Fackeln bauen Dann haben wir auch endlich mehr Licht So, ich habe jetzt 56 Fackeln Damit sollten wir doch eine Weile auskommen Es ist über uns Oh! Es ist über uns Lass hochdauern, gucken was das ist Da ist ein Cave Crystal Nein, hast du die eingesammelt? Nein! Ich habe ihn Es war der Kristall, der die Geräusche gemacht hat Ah! Ah! Wahlui! Junge! Ich glaube doch nicht von die Flinte! Du Penner! Die noch mal einfach vor mir stand Wenn die nicht abgebaut haben Du Arsch! Ich doch nicht Austria LP ist online Hallo, Austria Den habe ich noch nicht Hallo! Hallo! Randomite, oder? Weil der Austria ist ja auch neu bei dem Projekt Dabei kommt Der ist mit Early Boy zusammen gedauert Austria, Austria, warte mal Der sagt mir was Der ist von Revy bekannter mehr Er war auch auf der Gamescom Aber den hast du nicht Du warst ja nicht so lange auf der Gamescom Ja, ja, ja Und da habe ich mich mal mit dem gelabert Ich weiß es nicht Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ach, da war glaube ich in einem Video dabei Das weiß ich Genau, da war glaube ich bei dem Building Game oder so dabei Das kann sein Wo bist du hin? Hier hinten bin ich Wo ist hier hin? Ich komme wieder zurück Ich komme wieder zurück Wir müssten eigentlich runter Einfach Ah, da hinten ist noch ein Kristall Nein, da gehe ich nicht runter Du bist so ein Lashwappen Hier sind einfach 4, 5, 6 Äh, Dinge ins Creeper Direkt unten Ah Ja, ja Hallo Dann lass uns doch mal Erstmal das Dungeon machen Ach, der war auch Ja, okay Geh du mal vor Wo ist denn das Dungeon? Die mir durchfolgen Niemals irgendwie So einen Weg gehen Wo man dann vielleicht Nie mehr zurückkommt Ich muss mich gerade mal orientieren Wo kommen wir denn her? Von irgendwo oben kommen wir weiter her Guck mal, hier geht es sogar runter Ich gucke mir das jetzt mal an Ob hier noch irgendwas ist Eisen Schon mal wertvoll Wo kommen wir denn her, mal Louis? Deswegen setze ich immer Fackeln Oh Gott, hier geht es hier runter Hier komm mal her Hoffe ich zumindest Du bist mir schon ein Höhlenforscher Wo kommen wir nicht her? Hier ist Sackgasse Oh, halt, Eisen Eisen ist immer gut Und hier ein Zombie So Hä? Ich weiß nicht, wo ist Hier ist Gneiss Was ist denn Gneiss? Ich weiß es nicht Ich bin einfach weiter runtergegangen Einfach da, wo dieser Höhleneingang war Und dann zur Seite runter Ja, komm hoch hier wieder Nee, geht gerade nicht Coole Sachen gefunden Du bist wieder da oben Wir wissen, was Gneiss ist Hallo, ich weiß nicht, wo ich herkomme Was willst du denn oben? Ja, dann weiß ich wieder, wo es lang geht So Ach, jetzt weiß ich Hier sind wir hergekommen Ah Ah, ja Ich hab ein Dungeon gefunden In dem Kreislauf Was, wo bist du? Einfach den Weg weiter runter Hier unten ist eine Fackel Also ich einfach wieder Wo die Kante war Wo wir vorhin zusammen gestanden haben Und dann den Weg runter Ja, ja, ich hab hier auch Gneiss Ja, aber Gneiss ist irgendwie nichts Besonderes Glaube ich, nur eine Art Cobblestone Ja, ich bin bei dir Ja, ich bin in deiner Nähe Ich baue gerade Kohle ab Ja, das ist das Dungeon Was ist das hier? Ich denke mal, das schließt damit an Und das da genauso aus Piperdurid Ich bin hier drin, ne? Bist du schon reingelaufen in den Dungeon? Ja Ja, ich sammle mal eben hier das Erd Oh Gott, hier ist das Skelett gespawnt Mach's um Pass auf, dass die nie abschießt Hallo Komm her, ihr Mann Du bist da mit Laschewappen Heul nicht rum Nichts Laschewappen Stell dich mal nicht so an Du bist ein Mann Ja, eine Memme Peridotite Hallo Warum nimmst du hier nicht mit? Ich weiß nicht, was das ist Ach Ja, dann nimmst du auch mit Wenn du nicht weißt, was das ist Ja, sie haben mega wertvoll Ah Fuck Fuck Wie viel Leben hast du noch? Nur ein halbes Herz verloren Trotzdem Vorsichtig in den Steinen hier Können diese Würmer drin sein Diese Wie heißt die? Äh, Silberfische Silberfische, genau Okay Hier sind überall Meteorblöcke Ha Kann man auch die Meteoritenrüstung herstellen? Ja, ne? Hm, kann man Komm, wir gehen in den Dungeon Ja, pass auf, da könnte gleich direkt ein Skelett sein Das kriegt von mir eins auf den Deckel Hier links um der Ecke ist es Dann hau es doch kaputt, du Waschlappen Ich will die auf die Fresse kriegen Doch gar nicht Wir hören, die wollen sich wieder anstellen Oh Gott, hier hinten ist ein Spawner Ah, nicht Balu, 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 balu Ich glaube, Fresse Du bist hier oben auf mich geschlagen Ich weiß, sorry Alter, ich verliere nicht das Leben Ich auch Ich bin gleich tot Wir rechnen nicht Ja, an Vergiftung stirbt man nicht An Vergiftung stirbt man nicht Toll Das war es dann schon mit unserer Erforschung des Dungeons Oh, jetzt muss ich das Esspit mitessen Ich hab keins Du darfst vorgehen Ich hab's gegessen Ja, ich hab kein Esspit mit mir Geh nicht vor meine Nase Geh nicht vor meine Nase Nein, ich geh auch nicht mehr Weil ich hab nur noch ein halbes Herz Also ein Herz Und kann eh nichts machen Hütte es Los, geh weiter Jetzt lass uns dann auch da Oder nicht Ach, hier ist es Spawner Deswegen ist hier ein Skelett gespawnt Mach ihn weg Oh Gott Wir sind viele Spawner Geh weg Rückzug Au Du hast Rack Stell dich nicht so an Geh kämpfen Kämpf für mich Kämpf für die gute Sache Die gehen nicht kaputt Wie viele da einfach sind Ich brauch Esspit mit Oh Gott Sind da viele Maloui Ich verpiss mich Rückzug Rückzug Ich rengeriere nicht mehr Weg hier Weg hier Weg hier Weg hier Weg hier Sie kommen Maloui Lauf Lauf Schnell Sie kommen No No Wo geht es lang Wo geht es lang Maloui Wo geht es dir zurück Verdammte Scheiße Hier 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 ist man hoch Meine Scheiße Was hat denn für ein Zick-Tack laufen Bis wir oben sind Oh, ich bin schon wieder halb tot So eine Kacke Ja, ich habe Ich bin auch schon fast halb tot Ey, wir stehen am Schuss Hinter mir ist hinter deinem Ölli Hilf mir Ölli Ich baue mich ein Komm nur mal hoch, ja Oh Ich habe ihn getötet Ich habe ihn getötet Hast du Ja, komm wieder raus Ich habe mich eingebaut Trau mich nicht Wie lange rennen die denn hinter allem her Wie unfair ist das denn, bitteschön Ja, vor allem, ne Wie intelligent die sind, dass die den Weg laufen konnten, oder Die Frage ist jetzt, wo ist es Oh, die Lava ist hier unten Alter, aber Louis, bau dich da bloß nicht lang Da ist Lava Oh Hier bei dir Aber da ist Eisen Hier ist Lava direkt hinter Mr. Lava, Lava Alter, ich habe noch Ich habe noch nicht den Schad, den ich brauche Ne, finden wir schon noch Ne, finden wir schon noch Wenn wir dann als nächstes Ich glaube, in dem Dungeon, wo ich war Da war schon jemand Weil da waren nämlich auch solche Gänge Nur keine Spawner Okay, dann war da wirklich schon einer Aber die Kiste, die war voll Das wundert mich ein bisschen Ich brauche unbedingt Kohle Ich nehme mir die ganze Kohle hier mit Ja, ich nehme auch alles mit, was hier nur geht Okay, halten wir fest Dieses Modpack ist wirklich eine Herausforderung Weil, ja Du musst halt wirklich vorsichtig sein Wie bekommst du denn dieses Espit Meat? Das sind Tiere, die draußen rumlaufen Ich habe schon mal ein bisschen gesucht Aber nicht wirklich gefunden In welchem Biom die spawnen Vielleicht können unsere Zuschauer Die auch bei den anderen Kanälen gucken Oh, das ist wirklich Ich dachte gerade Sind das Gegner? Sind das Gegner oder freundliche Viecher? Das sind freundliche Viecher Die haben auch nur 10 AP Ja, dann könnte man die Tieren Ja, wir müssen Ne, paaren, ne, kannst du nicht Sicher? Glaube ich nicht Glaube ich nicht Noch nicht von gehört Hier war du, hier ist es dann Hier Geh mal rein Ja, komm Nein, ich habe noch ein halbes Herz, Erli Du wolltest mich einmal schlagen Du musst nur reingucken Du musst nur reingucken Ja, warte Ich will mal eben hier alles mitnehmen, was hier so rum ist Ich weiß zwar nicht, ob mein Kupfer noch viel groß ist Also ich brauche, aber ich glaube nicht Mein Herz Herzinfarkt hoch 10 Wo ist das Dungeon? Da Oh Geht rein Guck hier, hier ist es richtig geschmeidig Ah, das sind diese Dungeons Okay Nur von diesem Raum hier habe ich Angst Da passiert nichts Das ist mein Ding Habe ich gefunden Guck mal Da habe ich mit Teppich ist cool Ja Töppich, 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 Töppich Töppich Weil da drin war ja noch nicht War bis hier Dann habe ich diese Da ist eine Lava Lava Raum oder so Was ist das da hinten? Komm mal her zu mir Hallo, hier Oh, ich habe Kuchen gefunden Hä? Hallo, wir müssen wieder an die Oberfläche Hallo, the cake is alive Das weißt du Schmeckt aber so lecker Ja, wenn wir gleich sterben sind, ist es deine Schuld Tastes like Creeper Komm mal ganz kurz her, das muss ich dir noch zeigen Wollen wir, das muss ich dir noch zeigen und dann verpiseln wir uns hier wieder Hier ist Kohle, wolltest du nicht Kohle haben? Ja, können wir immer noch Komm mit Hier, hier Hier musst du gucken, musst du gucken, musst du gucken Papa Early, Mann Oh, Kiste Bei dir habe ich schon geflindert Ich wollte gerade sagen, das ist doch die Kiste im Startraum Hier Hier ist noch tiefer Ja, komm mal da hinten, da hinten Da steht eine Fackel und da steht scheinbar ein Sparner Da ist ein Kristall Ah, Baloui Komm mal her Baloui Baloui, komm mal her Ja, warte Komm mal her Ich habe hier was Schönes Warte, ich habe auch was gefunden Was ist das denn hier alles? Oh, ich habe eine geile Hose gefunden Lappes, Baloui Komm mal her, Baloui Ja, du gehst mir auf den Sack Schon mal einer gesagt Komm mal her, Baloui Baloui, Baloui, Baloui Woher, Baloui? Baloui, Baloui, Baloui Komm mit Wir müssen mit die Folge beenden Ja, ich komme, ich komme Da war einer, warst du das? Das bin ich Da hinten ist Sparner Da gehen wir aber nicht hin Sondern, komm mit Hier, komm mal Komm mal, komm mal, komm mal Den Dungeon müssen wir auf jeden Fall mal länger erkunden Hier scheint noch richtig viel Zeug drin zu sein Hauptsache, dir geht es noch ganz sauber, oder? Alter, Early Du nervst Drei Stunden später Ich renne hier im Kreis, mir ist schlecht Wer ist auf, verdammte Scheiße hier Was ist das denn für ein Durchgang hier, Early? Wo kommen wir raus, auf den Mars? Ja Ohne Witz, was ist das hier? Boah, wie ich Wendeltreppen hasse Mir ist schlecht Wie hier schon jemand drin war War schon jemand drin? Ja, ich war hier schon mal Ich war hier schon mal Ich weiß jetzt auch, wo wir sind Ja, ja Wir sind oben auf einem Berg Genau, wir sind nämlich jetzt Aber ich war nur in der oberen Kiste In den Turm Ne, da hinten wahrscheinlich Da, wo die Fackel steht mit dem Spawner Oder ob das überhaupt ein Spawner ist Da warst du wahrscheinlich Ne, ne, ne Ich war nur hier oben Weiter habe ich mich nicht reingetraut Das war noch ganz am Anfang Achso, achso, achso So, wie kommen wir jetzt wieder runter Ohne zu sterben Ich habe ein halbes Herz, Junge Hey, hier, komm mit hier Wo bist denn du? Zu mir, hier bin ich Hier draußen Äh Bin auch draußen Hallo Hallo Wo Lass mich nicht alleine Du musst links auf die Map Dann siehst du schon mein Haus Hier ist ein Grabstein Oh, das ist immer gut Da muss man immer abbauen Da können coole Sachen runter sein Okay, war nur Schrott drin Rottenflash, toll Den Grabstein darf man nicht abbauen Doch, darf Ja, aber Wenn die so lange hier rumliegen Dann darfst du sie abgraben Die Leute müssen das in der gleichen Folge schaffen Ihr Grab wieder zu finden Und nicht erst 10 Spuren später Okay, das ist Okay, wenn da keiner auf dem Server ist Beutat, den Ab Genau Okay, ja gut Weil das sind auch Ich bin wieder zu Hause Das sind auch Randomgräber Wie, du bist schon zu Hause? Wie Ne, hier Ist das direkt hier neben Ich wohne direkt an dem Ding Achso Achso So ist das also Cool Ja, ich bin bei Early zu Hause Ja Die Frage ist Wie regeneriere ich jetzt Leben Ohne, dass ich mich selbst umbringe Ja, entweder wir Ich weiß wie Aber das Wenn die Folge jetzt zu Ende ist Kann ich das nicht mehr machen Ne, ich würde sagen In der nächsten Folge machen wir das Irgendwie Das schaffen wir schon So Ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Wenn es euch gefallen hat Jebt ein Däumchen nach oben Schaut bei dem Maloui vorbei Den findet ihr wie immer In der Beschreibung Und Denn Schauen wir uns in der nächsten Folge wieder Haut darin Tschüss Bis dann Tschüss Banane Schauen wir uns in der nächsten Folge